Wir sind drauf! Wir sind drauf! Herz! Scheiße, ich habe das mit der Kippe, also sorry. Herzlich willkommen bei den Knossi-Kickers SC Baden-Baden live aus Baden-Baden. Habe ich nicht gesehen, da oben sind die Fans. Wir haben links einen vom Regionalplatz heute mit dabei. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, vor anderthalb Jahren in etwa habe ich gesagt, ich habe einen Fußballverein gekauft. Also Trikotsatz und Sponsoring. Und heute, heute Mittag bin ich bei einem Spiel live dabei. Da sind sie. Da ist der ganze Tumulthaufen, links auch angeführt von dem Trainer. Wer ist der Trainer nochmal von uns? Ihr seid nicht miteinander verwandt oder so, oder? Wir sind nicht miteinander verwandt. Vorhin hat uns einer von hinten verwechselt. Brutal. Ehrlich? Wie fühle ich das jetzt aus? Wie war der Name? Patrick, das müssen wir merken. Patrick, hast du einen Stammbaum dabei? Wirklich, wirklich. Hey, ihr seht aus wie Zwillingsbrüder. Guck mal, die sehen gleich aus. Die sehen eins zu eins gleich aus. Ja, das ist krass. Das ist krass, gell? Jungs, das sind nur die Aufwärmtrikots. Alle werden gleich hier, natürlich, wie es sich gehört. Ich zeige euch mal kurz. Halt mal für den Manager einmal die Ecke. Wunderbar. So sieht das heute hier aus. Wie findet ihr das? Ist das geil? Wo sind die BVB-Fans? Aber hat schon so Ähnlichkeit, ne? Ist schon so ein bisschen BVB-mäßig. Das ist, so sieht das aus. Wie gefallen euch die Trikots? Jungs, Jungs! Fans sind da. Keiner über 13. Scheißegal. Okay, was wir besprochen haben, Jungs, warm machen, richtig warm machen, dehnen, kräftigen und dann gehen wir ins Spiel rein. Und alles für der Knussi heute, okay? Wir sind ein Team! Auf geht's, Jungs! Haben wir Spiele verloren in der letzten Zeit? Alles gewonnen. Alles gewonnen. Komm mal her. Ich finde es toll, wenn du dir mal die Tribüne anguckst, wie viele Fans der Verein mittlerweile hat. Also das ist echt unfassbar, was wir mittlerweile an Fans hier haben. Das ist wunderbar. Seid ihr gut aufgestellt? Habt ihr Ausfälle? Einige wenige noch, aber so langsam kommt der Kader wieder zurück. Wunderbar. Ey, Knossi! Sascha hat gesagt, der Lauch hat gesagt, er will mich fetzen, meinst du, meinst du? Der Lauch hat gesagt, er will mich fetzen? Wer? Welcher Lauch? Sascha, der Lauch! Sag Sascha, der Lauch, dann soll er kommen! Ja! Ist so! Horn! Horn! Schatz, der Lauch! Guck mal, die Kinder, der 9-jährige Sascha, der Lauch! Wenn ich sage, welche Liga spielen wir eigentlich hier? Jetzt hat der Chat auch die ganze Zeit. Kreisliga B, Staffel 2. Kreisliga B, 2. Staffel. Guck mal, die sind wirklich Maschinen! Die kommen, die kriegen kein Wort, nix! Naja, die gehen rein. Im Fokus muss ich mir anhören hier. Hier ist der Beste. Hier ist unser Zahnlücken-Johnny. Gestern noch bei einer Schlägerei schön den Zahn verloren. Macht nichts. Geht, geht. Muss. Was ist passiert? Bisschen zugetrunken. Ja, aber wie? Was ist passiert? Wer mit wem? Eines mit dem anderen. Hat einer große Schnauze gehabt? Ja, so ungefähr. Bahnbahn. Verdammte Kacke. Guck dir die Lippe an, Junge. Passiert. Gestern einen noch in die Schnauze. Genau heute in dem Tempo weiter. Dass du heute hier bist. Du hättest ja auch sagen können, nee, es geht nicht. Wann bist du heute Morgen ins Bett gestolpert? Sechs. Blut überströmt ins Bett. Das ist, verstehe ich, Thomas. Das sind unsere Jungs. Immer noch. Was haben Sie denen jetzt noch mit auf den Weg gegeben? Ein paar kleine Tipps muss man ja nicht geben. Was zum Beispiel? Trippelfuß kommt natürlich von vor. Wo liegt der Ball? Recht auf dem linken Fuß. Patrick! Trainer! Patrick! Aufs Trippelverhalten heute achten, gell? Wunderbar. Wunderbar. Geil. Dankeschön. Innenseite, Jens. Mit Innenseite. Jens, Innenseite. Inseite, Innenseite, Innenseite. Inseite, Innenseite. Was? Ja! Perfekt, sehr gut. Ja! Lass ihn rein! Lass ihn rein! Lass ihn rein! Alter, was für lass ihn rein! Jawoll, Junge! Ey, Mau, Bombe! Adi! Komm, rein ist drin! Rein ist drin! Ja, jetzt! Oh! Ja, mach ihn! Yeah! In Winkel! Ich hoffe wirklich, dass wir das schaffen, das Unmögliche, dass wir dieser Nulltenverein sind, der das Unmögliche wahr macht. Dass Zahnlücken-Johnny, weißt du, den Pokal so in der Hand hat, dem fehlt vorne die Front, Alter! Yeah! DFB-Pokal, Alter! Zahnlücken-Johnny vorne dabei! Das ist unser Frank Ribberin! Heier! Der ganze Würfel-Park! Genau! Der ganze Warmann-Zinn mit uns! Ja! Der neue Gang, komm her, die Raute! Die Krips! Wir machen euch alle kaputt, Junge! Und alle kaputt, Junge! Und alle so! Wir machen euch alle kaputt, Junge! Alle kaputt! Marceleri, Junge! Himmano! Ist so! Ist so! Wir hatten Top-Zeiten damals, vor 20 Jahren! Wo waren wir da? Waren wir mal ganz oben? Oberliga! Und da müssen wir wieder hin! Geht ihr alle mal Fußball spielen? Wir waren! Wir waren! Wir sind zweiter Platz! Wo sind eure Eltern heute? Nicht da! Ause! Ause! Wunderbar! In der Küche! Okay, tschüss! Ich hab ein Tor gemacht gestern! Wir sind neu! Team! Auf geht's! Guckt, dass kein Ball auf das Tor kommt! Dann haben wir auch keine Probleme hinten! Versteht ihr das? Ihr wisst, es geht um alles! Wir sind unten! Ganz unten, Kreisliga 3F! Ab heute ändert sich hier alles! Ich will hier hoch und einen Würstchen-Bruder haben! Ich will, dass da oben wieder ein Stadionsprecher ist wie vor 20 Jahren! Ich will, dass die Kohle reinkommt in den Verein! Und da brauchen wir euch! Heute ist Taktik angesagt! 4-3-3! Auf den Ball gehen nach vorne! Alles nach vorne! Keiner hinten rum, nur nach vorne drauf bretschen! Rutscht der am Rasen rum! Geht drauf! Bringt euch mal ein bisschen was! Das geht wirklich! Sonst bringen wir nächstes Mal Max Kruse mit! Einer hat es schon bewiesen, und zwar gestern Abend am Tresen! Er hier! Der ist nach vorne gegangen! Der hat einen Zahn verloren! Der kommt mit der blutverschnitten Hände hierher! Versteht ihr das? Nehmt euch ein Beispiel! Das war es gerade eben beim Aufwärmen! Da ist brutal! So haust du die Dinger rein! Verlauber war vor zwei Wochen! Seine Freundin wohnt in Wien! Applaus! Die war jetzt hier! So, schönes Bubbele! Alles richtig gemacht! Heute ist Krieg! Denn wir sind ein Team! 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 Ja oder nein? Gewinnen wir das Ding! Die Umfrage ist jetzt drin! 60 Sekunden! Das ist ganz anderes! Ich schwör's euch! Jetzt schon! Das ist ein anderer Flavor als das Spiel mit Mario Barth! Bei dem ich einwächst ist hier Feierabend! Die verstehen keinen Spaß, glaub ich, ne? Ne! Nicht so tief! Leut Wings raus! Verdammte Kacke! Ich hab so die Stimme teilweise verloren damals bei der Casino-Streams, ne? Schreie nicht so! Ich kann das noch in diesem Video auch nicht! Ja, da hin! Ja! Uzo Mo! Genau da hin! Mo Top! Mo Top! Schiri, alles klar? Ich weiß nicht, okay! Nein, das geht nicht aufgelassen! Ich war schon mehrmals, wo ich es gesehen habe, ne? Cool! Er hat nur dich angeneckert, oder? Ja, klar! Geil! Was, der Schiri das auch nicht sieht, gell? Geh! Geh! Ja! Oh, schön das Ding! Aber der Schiri hier anderes Level, ne? Als beim letzten Mal beim Freundschaftsspiel, gell? Ja, absolut! Anderes Level! Der zieht Knaller durch! Der zieht Knaller durch, ne? Was kassiert ihr hier heute? Scheiße! 150? Ja! 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 Du bist schon noch Onfire. Wie viel? 93%. 93%. Ja! Ich traue mich nicht dem Trainer die Botschaft zu machen. Ich kann es verstehen! Warte mal, du musst aber aggressiv aber dran. Patrick! Der Johnny ist neu. Die Zuschauer haben gesagt, 93 Prozent, der muss neu. Ehrlich? Ja, der muss neu. Jawoll, lauf! Lauf! Jawoll! Yeah! Yeah! Ja, Männer! Wer macht den, der soll den machen? Ali! Du machst es! Yeah! Jawoll! Jens, Junge! Auf geht's! Auf geht's! Komm! Jawoll! Ali! Gott sei Dank! Na ja, der soll er kommen jetzt mit seinem Scheißgelb! Jens, Junge! Jens, Junge! Jens, Junge! Jens, Junge! Jens, Junge! Jens, Junge! Das war eigentlich, ich hab mich einfach nur gefreut. Ich kann schon, darfst nicht bei Freude mit raus. Auf dem Rasen, auf dem der läuft, den haben wir bezahlt! Nein! 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 Weiter geht's! Abseits! Abseits! Abseits aber! Bis Robert die Fahne hebt, ist das Ding drin! Leute, seid ihr bereit für die Reise? Im nächsten Spiel sind hier wahrscheinlich mehr Leute. Konzentriert, weiter arbeiten. Aber die, vorhin, wieder drei, vier Körperspannung. Geh jetzt hin, geh nicht hin, geh nicht hin. Dann laufen wir im Raum, dann kommt der Erste nicht hin. Der Zweite, oh, vielleicht dich auch nicht, der wird's schon machen. Das ist Bullshit, wir müssen da raus, wir müssen Gras fressen, Leute. Die gehen doch auch runter. Du bist übrigens Nummer 1 gepostet zum Einwitzeln. Ja, du gehst rein. Zahnlücken, Entschuldigung, der Zweite. Mach dich warm. Den Restalkohol von gestern jetzt noch irgendwie rausschwitzen, oder was? Wir sind ein Team! Alle wollen, dass ihr in das Ding jetzt reißt, ne? 25.000 Leute. Das sind die, die den falschen Einwurf machen, dann noch eine große Gutsch. Da können die meinen Totschlade fähren. Eine große Fress noch. Mal laufen lassen! Mal, weh! Hau mal rum, schreien mit deinen. Mit Fabian! Jawoll! 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 Oh, ne große Gutsch! In der Winterpause gucken, ein paar Spieler zu kaufen, ne? Für 250 Euro Stück. Schnäppchen, ne? Das ist... Geh! Komm! Ja! Ausgleich! Mensch! Los geht aufs Feld! Jawoll! In der Rente rum! Pascal schieb vor! Pascal schieb vor! Pascal vor in die Box wieder! Haben wir noch eins. 2-2! Boah, wo geht der hin? Wo schießt denn der Ding hin? Felix, nicht wegrenne! Felix, du lasst dich immer fallen! Guck dir mal die Kleinen an! Boah, kacke! Naja, hoch bringt nichts! Hoch bringt nichts! Oh, schön! Umschalte! War nicht schlecht! Umschalten! Guck mal, wie sich Johnny hinten warm macht. Gar nicht! Johnny, mach dich warm! Meine Fresse! Rennt er da hinterher. Im Spaziergang. Fresse! Wir haben da unten am Studio und fress so'n Scheiß! Pascal, lass doch mal die Finger weg! Puh! Und fress so'n Scheiß! Puh! Fress nur Scheiß! Halt dich! Was machst du denn? Geh doch allein! Nein! Herr Sascha, Herr Sascha! Sascha! Weiter Sascha, komm weiter! Hören wir mal, wer das ist? Du bist der? Martinas. Aus? Wann war er? Spadu. Kommt vom FC Barcelona. Für 250 Euro haben wir uns den gegriffen. Genau. Du gehst rein. Martinez, merkt euch den da. Martinez, so hören sich Spieler an. Oh! 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 Hallo, ich grüße meine Mutter, ich grüße meinen Vater! Ganz ruhig bleibe! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein, dass ich die Nummern hier ablesen. Von den neuen Trikots. Noch nie benutzt, oder? Das kann ja nicht sein. Das hat ein Arschspiel. Wir bringen Martin jetzt zu Menschen ins Kinder. Musst du das immer filmen? Die Trikots haben über 3.000 Euro gekostet, oder? Ja! Absolute Schande. Ja, wirklich Schande. Und jetzt ist er. Oh Mann! Wo ist er denn? Der lacht! Wunderbar! Ey! Es geht nicht! Ali weiter markieren! Markieren! Ali weiter markieren! Jetzt dein Schuh ist offen! Was ist mit dem Zahn, bitte, John? Der bleibt, der ist Torwart. Die halbe neun ist ab. Da muss ein neuer Druck drauf, ne? Das kann ja jetzt sein, das gibt ja alle. Jetzt ist das aber schon vor anderthalb Jahren gemacht. Die halbe neun ist ab. Kommt neue Beflockung. Ab Schluss! Tollwut ist da. Jetzt ist die Tollwut da, auch da drüben. Wunderbar. Aber wenn die mich fallen... Also sie sollen mich vor... Du schickst mich als Lamm? Dann gibt's Freistoß, dann ist Tor. Der schickt mich vorne rein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Applaus Applaus Wie viele Minuten noch? Maximal 2 Ich ruf sie mal rüber Maximal 2 Ob er das verstanden hat Applaus 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 Spiegel Pass, 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 pass! Patschi! Das ist mein Bruder Mohammed! Ihr seid unsere Zukunft! So viele Leute waren noch nie im Stadion bei dieser Kameracemos! Wir müssen weitermachen! Jetzt geht's genau, wir machen weiter. Und jetzt sind wir ein Team, jetzt machen wir unseren Kreis. Und ich sag's euch, jetzt ist nächste Woche frei, jeder 15 Kilometer Laufen. Samstag sehen wir uns, 13.30 Uhr zum Training. Der Manager läuft gar nichts. Trinkt noch was, esst noch was, rennt nicht gleich weg, macht den Kopf hoch, ist alles gut. Wir haben zweimal auf der Kunststraße trainiert und jetzt heute wieder hier. Ist schwierig. Aber heute haben wir hier Spiele wohl, allein schon wegen der Tribüne und wegen der Abente, weil der Knossel heute da war. Sonst hätten wir da hinten gespielt. Wir sind ein Team!